. Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen. 760er Tele-Blocher-Sendung. Sie wissen, wo wir hier in Herliberg sind. Herr Blocher, wir sind jetzt eigentlich noch das einzige wöchentliche Fernsehformat mit SVP-Exponente, jetzt, wo die Arena boykottiert wird. Das war eine komplizierte Formulierung, oder? Ja, ja. Gut, ich muss aufpassen, ich bin ja keine Fernsehschau, ich habe gar keinen Fernseh. Aber ich habe mir diesen Fall geben lassen und einmal angeschaut, was eigentlich hier ist. Und ich muss also sagen, da kann das Fernsehen sagen, was sie wollen. Also für einen Gesprächsleiter, der sich so aufführte parteiisch, in diesem Fall jetzt gegen den Nationalrat Eschi, das geht nicht. Und jetzt kommt noch der Vorgesetzte, wörtlich, sagt er, es ist Aufgabe des Fernsehens, Haltung zu zeigen. Was ist denn der Auftrag von einem Gesprächsleiter? Der muss schauen, die beiden Seiten einander gegenüberstellen können. Und schauen, dass die reden und die auch. Und der Zuschauer macht sich ein Bild. Und der Eschi hat den Fall aufgebracht. Ernsthaft dreht sich ja alle für den Eschi, da haben sie jetzt fertiggebracht. Aber es ist in Deutschland ein Fall beschrieben worden, dass eine 15-jährige Ukrainerin von diesen Flüchtlingen vergewaltigt worden sei. Ich weiss nicht, ob es stimmt, aber es ist also in der Zeitung erkannt worden. Bis jetzt hat sich niemand Widerspruch gemacht. Und das sind zwei mit ukrainischen Pässen. Einer ist angeblich ein Iraner und der andere, glaube ich, aus einem afrikanischen Staat. Und er hat gesagt, man müsse bei diesen Flüchtlingen auch schauen, dass es keinen Missbrauch gibt. Das ist ja gar nichts Schlimmes, oder? Er hat es ein wenig abkürzt gesagt. Das ist die Gefahr beim Arena. Wenn er nicht zu weit aus soll, klemmt sich der andere sofort ab. Er hat vorausgesetzt, dass man diesen Einzelfall kennt. Ja, Sie sind ja auch davon ausgegangen, er war ja erst im Parlament mit dieser Ausgabe. Jawohl, ja, er war erst im Parlament. Und das ist also nichts. Jetzt hat da niemand gerade im Moment reagiert. Erst nachher, man kann den Mais machen. Hat er denn mit dieser Aussage provozieren, oder hat er das einfach informativ gebracht? Naja, ich meine, das ist die Aufgabe der SVP auch, zu sagen. Also jetzt die Flüchtlingseuphorie. Ist ja begreiflich, und wir müssen ja die auch aufnehmen. Also Leute, die Liebe und Leben betrachten. Eben, das sind Kriegsflüchtlinge. Ja, da haben wir auch einen Extrastatus, dass man ihnen Schutz gibt, aber die gehen nachher wieder nach Hause, wenn der Krieg fertig ist. Und jetzt sind sie ohne Neuferie und sagen, kommen alle, und ihr könnt auch gerade arbeiten. Das sind Menschen wie andere auch. Und die kommen aus einem Staat, wo es ja natürlich, bevor der Krieg war, wenn sie mal schauen, was alles über die Ukraine geschrieben wurde, wie viel Korruption und das da ist und so weiter, da muss man aufpassen. Man muss ja, wie allem Verbarmen, den Kopf nicht verlieren. Und der sagt am Fernseher, er sei ein Rassist, da ist ein Straftatbestand. Und der Rest hat das gereiht, oder? Und die Partei hat jetzt gesagt, das ist ja nicht das erste Mal. Und er ist schon immer auf der gleichen Seite natürlich. Und wir haben jetzt gehört, jetzt gehen wir nicht an den Fernseher. Jetzt haben wir zuerst eine Aussprache mit der Fernsehleitung. Wir haben es, glaube ich, 14 Tage oder so. Aber ist das gut oder nicht? Das ist die Frage, oder? Ich möchte mich nicht so fest, wie ich, ich hätte ... Es ist gut zu sagen, nachher. In so einem Fall muss man uns den Leuten sagen, wenn solche Ungehörigkeiten kommen, vom Sprachleiter, dann müssen sie ihnen sagen, das ist nicht ihre Aufgabe. Sie haben ja nicht Straftatbestände nachzurufen, sondern sie haben dafür gesorgt, dass wir hier reden. Und wenn sie das machen, dann bin ich nicht mehr da, dann laufen sie dann raus, im konkreten Fall. Und das hat er jetzt nicht gemacht. Wobei, das ist einfach ... Ja, das ist alle auch von der Situation her. Man muss ja zuerst überlegen, ist das jetzt eine Ungehörigkeit und ist das ein Straftatbestand? Man geht auch relativ schnell natürlich. Aber ich kann nicht verstehen, dass Fernsehen das noch gut heisst. Das ist unser Staatsfernsehen. Da können sie machen, was sie wollen. Wir zahlen ja Steuern. Ich habe doch keinen Fernseher. Ich zahle irgendetwas. Ich zahle für das Gerät, das ich nicht habe. Und die sind verpflichtet, einen Auftrag zu erfüllen. Und der Auftrag des Leiters des Fernsehs, der Arena, ist nicht die Partei zu nehmen, sondern zu leiten. Und das ist ja nicht immer einfach. Und dann ... Natürlich gibt es vielleicht Strafsachen, wo man dann eingreifen muss, wo man am Schluss sagt, ich muss sie einklagen, wie ein Straftatbestand dafür wäre. Kann ja sein. Aber in den Fernsehsendungen, so Parteien ... Also ich habe diese Sendung einfach angeschaut, nur auf das. Darum muss ich sagen, da begreife ich, und es sind sehr viele Leute, ich komme ja Briefe über eine Sendung, die ich nicht gesehen habe, die sehr erbost sind über den Gesprächsleiter. Und wenn wir schauen, wie das ist ... Ist das auch eine Einstimmung auf die Halbierungsinitiative? Ja, das weiss ich eben nicht sicher. Also wir merken ja, im Moment ist eine ganz starke Walze, auch eine verlogene Walze, vom Blick und vom Tagesanzeiger einerseits und vom Fernseher gegen die SVP. Wegen der Ukraine auch? Ja, nein, nein. Also der Hintergrund ist natürlich, ohne die SVP wäre wahrscheinlich das Mediengesetz gescheitert. Kann sein. Oder wir könnten das so sagen. Ja, die SVP ... Wäre es angenommen worden? Ja, die Haufe Millionen. Wenn ich jetzt mal die Abschlüsse anschauen, die es rauslassen. Ja, das ist schon ein Widerspruch. Ja, die gestern der beste Abschlussverschritt gegeben haben, die Tagesanzeiger, alle Abschlüsse und haben 150 Millionen wollen holen. Ich meine, das sieht man ja ... Und das ist jetzt verkachelt worden. Und beim Fernsehen ist natürlich ... Das ist ja nicht die Partei, die die Halbierungsinitiative macht, aber das sind jetzt so Bilder, oder? Der Herr Mattenstein. Kann sein, dass das ein Ranggünner ist. Ich weiss es nicht. Aber auch dann. Die müssen ja nicht für uns sein. Aber wenn man eine Diskussion macht, ist man Diskussionsleiter und hat einen Auftrag. Und er braucht eigentlich die auch. Ja, jetzt machen sie ... Eben, das ist ja noch schwierig. Ich habe gehört, sie machen jetzt eine Sendung über Neutralität. Wer will sie denn holen, die noch für die verfassungsmässige Neutralität ist? Für die dauernd bewaffnete, umfassende Neutralität? Also sie waren nicht bei mir, die fragen. Aber ... Sie haben natürlich gedacht, wir können ja keinen SVP-Mitglied, ich bin ja SVP-Mitglied, ich bin aber nicht mehr in der Parteileitung und so. Aber ... Sie sagen krampfhaft, suchen sie jemanden. Weil wenn sie dann eine Diskussion machen, wenn sie der eine, der ein Ding hat, schon in der Diskussion so ausschliessen, dass sie nicht mehr kommen können können. Ein anderes Thema, diese Woche auch noch interessant gewesen. Wenn wir zurück schauen, Bundespräsident Cassis hatte einen Auftritt, einen grossen Auftritt auf dem Bundesplatz in Bern, ist auch von der SVP-Seite stark kritisiert worden. Was war denn der Grund? Ich meine, der Ukrainer ist ja auch ein Präsident, oder? Also einen grossen Auftritt. Woher nehmen Sie das gross? Ja, von der Menge der Leute, die da waren? Ja, wie viele? 5'000 nehme ich aus. Ja, woher? Ich würde sagen, sie haben immer das gleiche Bild gesehen. Das ist mir aufgefallen. Ich habe das auch angeschaut. Also auf ... ... ... ... ... ... ... immer das gleiche Bild. Wieso ist das das gleiche Bild? Wieso ist das das gleiche Bild? Wenn ja ein paar Tausend sind auf dem Bundesplatz. Das hatten sie nicht. Jetzt heisst es noch. Aber das war ja jetzt das Problem. Es sind ein paar Hundert. Ja. Ich diskutiere nicht. Ich weiss, wie das ist mit den Zahlen, die die einen sagen, so und so viel. Aber es ist ja gleich. Vorher hat man einfach gesagt, es sei so eine Demonstration. Es war eine Demonstration, die den ukrainischen Botschafter eingeladen hat. Und es waren auch praktisch nur Ukrainer. Das muss ja nicht schlimm sein. Aber das ist eine Kriegspartei. Immer ein Krieg. Und jetzt geht der Bundespräsident ... ... und sagt, dort muss ich gehen, weil er am Bildschirm kommt. Ich muss doch nicht nur sagen, wenn ein Präsident in die Schweiz kommt, muss ich ihn empfangen. Es stimmt. Er müsste ja als schweizerischen Staatschef, wenn Putin kommt, empfangen, oder den ukrainischen Staatspräsident. Aber der kommt er in die Schweiz, er kommt ins Bundeshaus, und den empfängt er mit der notwendigen Distanz, die man als Staatspräsident hat. Aber jetzt könnte man ja argumentieren, der kann ja nicht kommen, weil er im Krieg ist, Herr Selenski. Darum ist ja ... Ja, dann muss er ja auch nicht kommen. Muss er auch nicht kommen. Was hätte er gemacht, wenn er draussen so ein Ding gemacht hätte, und Herr Putin am Bildschirm gezeigt hätte? Wäre er auch gegangen. Dann hätte er gesagt, mein lieber Freund. Er hat gesagt zum anderen, mein lieber Freund. Wahrscheinlich kennt er ihn gar nicht, aber das ist ja trotzdem. Er hat sich hineinreissen lassen. Das ist der Fehler der Regierung. Darum der neutrale Staat. Die Leute müssen ja nicht neutral sein. Aber wir reissen uns ins Kiesgeschehen rein. Und dann reissen sie an uns. Und ich kann es nicht verstehen. Er hat auch nicht den Bundesrat gefragt. Wenn er als Bundespräsidentin geht, ist ihm ja das Sprecher der Gesamtregierung. Du hast kein schönes Hand. Du musst immer reden, wie die wollen. Was die ein Beschluss haben, auch wenn die andere Meinung bist. Aber das musst du halt machen. Das ist der Auftrag. Und er hat etwa eine Stunde oder zwei vorne den Bundesrat orientiert. Also man sieht ja, es ist nicht super. Und dann sagt er noch. Ja gut, höchstwahrscheinlich wollte er ja nicht wählen, das ist von den Kollegen. Ja natürlich. Das ist ja die Absicht. Also er macht etwas gegen die Regierung. Das darf er ja auch nicht. Und das Zweite ist, nicht. Er hat noch gesagt, er hätte es mit der freisinnigen Partei abgesprochen. Sich verteidigen sofort. Und was hat denn das für ein Umfeld? Ich meine, er ist ja Chef von Meda. Die Diplomaten mussten ihm sagen, das geht nicht. Und die haben es ihm nicht gesagt. Die haben die Schweiz nämlich, das sage ich ganz klar, das habe ich schon gemerkt, als ich im Bundesrat war, die haben die Schweiz vergessen. Die sind absolut gegen die Neutralität. Die trauen es sich nicht zu sagen, weil es in der Bundesverfassung steht. Also, so etwas hätte man verhindern sollen. Und das macht sich auch lächerlich. Jetzt sagt man ja, die ESOP hat... dass niemand da ist. Aber gibt das jetzt Konsequenzen? Wird das im Ausland wahrgenommen, dass der Bundespräsident durch den Bundesplatz ist? Natürlich wird das genau genommen alles. Eine Regierung, die neutral ist, nimmt keine Partei. Das ist das Schwere. Es ist vor allem sehr schwer, wenn wir in diesem Krieg, sind ja unsere Sympathien in der Schweiz natürlich alle auf der Seite der Ukraine. Es ist ein unabhängiger Staat, der von einer grossen, mächtigen überfallen worden ist. Da gibt es wahrscheinlich praktisch keine Leute in der Schweiz, die sagen, das ist gut. Eben, aber nein. Stimme nur begrenzt. Jetzt hat er gerade den Blick letzte Woche geschrieben, gerade in der SVP habe ich ja sehr viel Putin angehängt. Ja, das ist jetzt eben der Blick, wo er die Kampagne gegen die SVP führte. Der hat mich angeläutet und gesagt... Der Journalist, ja. Ja. Also, ich weiß nicht, ob es denselben ist, ich lese den Blick nicht an sich, oder? Aber er hat angeläutet und... Nein, geschrieben hat er, und ich habe es gelesen, wieso hatten so viele Putin-Anhänger in Ihrer Partei? Habe ich dem angehängt? Sagen Sie mir einen Putin-Anhänger, den wir haben. Sagen Sie mir einen. Nennen Sie den Namen. Einen darf ich nicht sagen. Wir haben mit verschiedenen geredet. Dann können Sie ja mindestens einen sagen, wenn Sie verschiedene haben. Nicht rausgelassen. Ich kenne keine, und ich kenne meine Partei. Ich kenne keinen Putin-Anhänger. Aber ich kenne Leute in meiner Partei, die alles sehr genau anschauen, oder? Die sagen, das ist Krieg. Bei der Kriegs-Partei ist ja klar, immer... Jede Kriegs-Partei sagt, der andere ist es, der andere ist schuld. Und der Hintergrund nachgehen. Wieso ist eigentlich das, dass der so einfällt und so? Aber das sind keine Putin-Anhänger. Aber auch wenn es einen hätte. Aber... Jetzt rede ich von den Leuten. Das spielt doch keine Rolle. Die Leute dürfen die Sympathie haben, die müssen auch nicht neutral sein. Aber die Regierung... Und ich sage noch mal, mit diesen Teilnahmen an der Wirtschafts-Aktion sind wir eine Kriegspartei. Das empfindet auch. Da müssen wir die Aktionen von den Russen anschauen. Ich weiss nicht, was da noch für Massnahmen von den Russen kommen, die sagen, dass man schweizerische Firmen kann. Da ist er zu Abend gehört. Eine Uhrenfabrik in der Ukraine. Also eine Schweizerfabrik, ja? Ja, eine Schweizerfabrik, die in den Russland ist. Da sind über die Nacht gekommen und die Uhren im Millionenwert ausgeräumt. Ja, die sagen ja, wenn wir boykottieren, machen wir auch, was wir wollen. Und... Diese dauernd bewaffnete Neutralität ist ein Mittel, damit wir nicht in die Kriege gezogen werden. Weil wir sind ein relativ kleines Land. Natürlich nicht mit Abwehrmitteln, wie die ganz grossen Hände. Und... Darum sind wir neutral, und zwar umfassend neutral. Und boykott sind das Kriegsmittel. Da können sie jetzt machen, was sie wollen. Das ist ein Wirtschaftskrieg. Und die Russen empfinden es auch so. Das ist interessant. Jeder ist ja jetzt auch ein bisschen Militärstratege. Ja, das ist auch etwas Besonderes. Der Kollege Peter Wanner zum Beispiel hat ja irgendeine Einmarsch und Intervention. Ja. Woher kommt eigentlich das? Ja, oder? Jetzt ist ja jahrzehntelanges Militär ja alles tabu gewesen, oder? Ja. Das ist so gefährlich, sich vor so Emotionen leiten zu lassen in langfristigen Entscheiden. Darum kann man nicht die Bundesverfassung über die Nacht aufrühren und sagen, wir sind jetzt nur noch militärisch neutral fertig. Einfach, weil man im Moment findet, ich muss etwas machen. Und das sind Leute, die sind früher gegen die Armee gewesen. Aber die waren bei der GSOA, bei der Gruppe Schweiz ohne Armee. Die sind dabei gewesen. Also Peter Wanner alle geniiden, oder? Das weiss ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber Markus Somm zum Beispiel, ja. Ja, zum Beispiel. Aber auch andere haben mitgeholfen, die Armee das Loch abzubringen. Und jetzt sind sie plötzlich ... Sie haben behauptet, es gibt keinen Krieg mehr. Oder? Es gibt doch keinen Krieg mehr in Europa. Ich weiss noch, nach 1989 hat man gesagt, nach dem Fall der Mauer, wir sind von den Freunden umzingelt und es gibt keine Grenzen mehr und alles. Das Zeug, die Auflösung der Grenzen und die EU-Wählen und die Unabhängigkeit preisgegeben, das ist alles das Gleiche. Und jetzt sehen sie, es ist Krieg. Und jetzt sagen sie, ja, da muss man jetzt gehen. Mit Wamos, mit einer Armee, die sie abschaffen wollte. Und jetzt sagen sie, man muss sogar an den Wanner auch dort, den Verleger hier vom ... Einen Töpfner in Deutschland. Einen Töpfner in Deutschland. Der will den NATO. Die sagen, jetzt muss die NATO einmarschieren. Und dann sagen sie, ja, aber das gibt ja einen Weltkrieg. Ja, den muss man halt in Kauf nehmen. Die wissen gar nicht, was ein Krieg ist. Die wissen gar nicht, wie gefährlich das ein Krieg ist. Auch für unser Land. Wie schnell der Wind da ist. Und jetzt sind das die grössten Militär-Fan. In Deutschland der Präsident. Also Bundeskanzler jetzt. Und jetzt sind die Armee. Und jetzt steht er am Sonntagabend, nachdem die Russen eingefallen sind in Europa als in der Ukraine. Die sagen, 100 Milliarden jetzt sind die Armee, das müssen wir aufrüsten. Und die Schiffe müssen, die Marine muss fahren und vorwärts und muss klopfen und weiss ich was. Also begeistert. Es ist alles gefährlich. Und dann sagt man, von Zeit eine Wende, oder? Ja, aber das ist der neue Mode begreift. Ja, ja. Es hat nicht die Zeit geändert. Und es ist auch keine Wende. Es ist einfach unter dem Druck. Machen sie etwas und merken, dass sie es alles falsch gemacht haben, ohne es zuzugeben. Jetzt gleich noch eine Frage. Für die Schweiz übrigens auch. Plötzlich bringt man es wahrscheinlich durch, dass man endlich die Militär-Etat ... Aber der Flüger ist ja gerettet, oder? Ja. Ja, das weiss ich noch nicht. Weiss ich noch nicht. Aber es ist ja gleich. Aber man sieht gut aus. Natürlich. Sie merken jetzt auch, was ist das eigentlich ein Land, wo man keinen Schutz mehr hat? Jetzt kann einer sagen, ja, es wird noch bessere Waffen und so. Aber ... Also ... Das wird sicher helfen. Weil die Leute sehen, die Verteidigung ist plötzlich wieder wichtig geworden. Das sind so die ... die neuen ... die neuen Bewegungen, die sie könnten. Aber ich bin vorsichtig. Was man so in dieser Begeisterung macht, oder sagt, jetzt können alle Flüchtlinge kommen. Schaut man es nicht mehr genau an. Man macht es auch nicht recht. Man nimmt alles auf, und die Privaten können auch noch aufnehmen. Wenn die Privaten die nicht mehr wollen, weiss man auch nicht weiter. Man merkt, dass man eine Armee braucht und dass wir schlecht vorbereitet sind. Weil wir da mit der Partnerschaft für den Frieden, NATO, haben wir ja unsere Armee so verschlechtert. Und jetzt will man sie machen, aber das geht Jahre, bis die wieder in der Ordnung ist. Da kann man nicht von einem Tag auf den anderen machen. Dann schweiss es jetzt. Es sind alles Folgen. Das schweiss jetzt den Westen mindestens ein bisschen zusammen. Oder die Schwierigkeiten in der EU. Sie sind jetzt auch in den Hintergrund geschaut, und Amerika und die EU, wenn man zusammen will, und die Amerikaner wollen, vor allem die Europäer jetzt hier Boykot machen, gegen die Russen. Weil das trifft Amerika nicht so stark. Also wenn wir keine Energie mehr überkommen von Ausland, dann ... Wenn wir keine überkommen? Es gibt jetzt eine neue Umfrage, die sagt, die Schweizerinnen und Schweizer wenn man keine Energie mehr mehr hat. Von Ausland, das spürt man dann schon. Ja, mit so blöden Umfragen. Ist ja klar, wenn einer fragt auf der Strasse, aber jetzt kommt das Gas von Ausland und jetzt helfen wir denen auch noch den Krieg. Sind sie nicht auch dafür, dass wir kein Gas mehr nehmen von Ausland? Dann sagt er, ja natürlich bin ich dafür. Nein, nein. Also nur kein Gas mehr von Ausland. Und wenn sie ihn fragen, wenn kein Gas mehr kommt von Ausland nach Europa. Dann feuerst ja. Die Heizung ist das wenig Schlimmste. Darum sage ich, jetzt kommt der Sommer. Wir haben keinen Strom mehr. Weil, nimmst du dich in Deutschland, wird der Grossteil vom Strom produziert mit dem. Hören Sie den einen, wo du sagst, willst du auch 10 Tage lang keinen Strom mehr? Wolltest du auch, dass du nicht für die Tiefkühltruhe und alles, was dort drin ist, kaputt geht? Weisst du auch, du kannst nicht mehr posten, du hast kein Brot, du kannst nicht mehr bachen, und so weiter. Das sind ja so Blödsinn, so Umfragen zu machen, in dieser Panik hinein. Und dann sagen, jetzt, an andere Umfragen haben sie gesagt, dann meine ich, dass wir verteidigungsmässig mit der EU zusammen arbeiten. In dieser Situation sagt jeder, ja. Aber du denkst, mit Vor- und Nachteilen haben die nicht, nur ich glaube, die Oberen eben auch nicht. Also der Entscheide, wie der Dienst gekippt ist. Die Sanktionen. Die Sanktionen. sind über Nacht passiert, und zwar unter dem Druck, unter dem Druck intern und so weiter. Und wenn sie auch nicht meinen, das seien nur die traditionellen Schweizer Beschaffer, die den Druck ausgeübt haben. Wenn ich jetzt an die Banken denke, die Banken sind gar nicht unglücklich über die Entscheide von den Sanktionen. Warum? Ja. Die müssen sehen, mit Recht sagen sie, das hätten wir sowieso machen müssen. Wenn Amerika nachher gesagt hätte, hört ihr, wenn ihr mit diesen, Kriegsparteien hier, weiter Geschäfte machen, dann könnt ihr das nicht mehr bei uns. Dann werden sie von amerikanischen Geldflüssen und Dollar abgegeben und so weiter. Und dann hätten sie sicher die Schweizer Banken zu Amerika bekennen müssen, weil das ist wichtiger. Dann hätten sie zu Moli Gache und sagen, hör mal, du hast so bei mir 100 Milliarden oder 50 Milliarden, nicht so viel, so nicht, aber sagen wir mal ein paar hundert Milliarden deponiert. Ich würde dich gerne behalten, aber ich kann dich nicht behalten. Die Amerikaner, dann müssen sie sagen, ich entscheide mich jetzt. gegen dich. Wenn es der Staat macht, sagen sie, schau, sie tut uns leid. Wir würden sie sehr gerne behalten. Wir würden sie auch als Kunde gerne, sie sind uns recht, aber wir können nicht mehr. Der Staat hat es verboten. Der Staat hat jetzt gesagt, das ist eine ganz grosse Versuchung, die Selbstbeantwortung abzuwälzen auf den Staat. Und ich habe einem Wanker gesagt, hören Sie, wir haben das auch erklärt nicht. Es kommt ja sowieso, wenn ich gesagt habe, sehen Sie, wir können Neutralität, ist ein Sicherheitsinstrument für unser Land, für unsere Bevölkerung, wir können nicht nur etwas machen, was der Banker jetzt im Moment angenehm ist, oder? Christoph Blocher, besten Dank, das war Tele Blocher. Spannendes Thema, unruhige Zeiten, traurige Zeiten. Wir sehen uns wieder nächste Woche, gleiche Zeit. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Das war Traurige Kai. Ich wünsche uns noch,